wie krieg ich das denn krieg ich denn jetzt nur das fleisch darauf verdammt ich habe auch ich muss auch aber wie war das noch mal mit i und denn so habe es zwei stücken aufgeschmissen wie war das noch mit der taste was vom rauf zu machen du gehst am feuer und dann siehst du eigentlich ein ach so ja richtig ja jetzt habe ich habe auch noch eins aufgeschmissen ja ich habe zwei stücken drauf gepackt ist ja schon fertig dann da ist noch eins fertig ja musste nehmen bevor das noch schwarz ich habe das rohe genommen ja mal gucken ob wir das schon reicht ansonsten schmeiß ich noch eins drauf ich schmeiß noch eins drauf aber sie noch eins aufschmeißen das war doch nichts wirklich das rohe hat nicht viel gebracht ich war kurz vorm abnüppeln kurz warten ist ja gleich durch hier ist einfach eine schöne stelle zu bauen hier habe ich auch schon gebaut einmal ok so los ich bin verschreckt dadurch vorher gelaufen ich verstehe nicht warum ich manche pflanzen noch nicht sehen weiß ich bin aber hören tue ich so schnell die dumm köpfe wenn ich mir so auch schon wieder wobei haben wir da unten schon wieder hier müssen auch schon wieder kram die schaufel die schaufel entdecken nur war das drucker hat 100 drucker hat gesammelt hast du auch ja gut kann doch nicht alles sein hier aber war bei dem anderen war nichts mehr oder was bei dem anderen gold k ne bei dem anderen war ja doch sogar noch eine höhe ne ich meine jetzt hier ne jetzt bei dem anderen hier gibt es keine höhe da oben vielleicht die schaufel ich denke nicht hier nicht bis jetzt stöcke sind voll ne sieht nicht aus okay damit ihr ist Wo waren wir denn beim letzten Mal? Wie meinst du? Wegen den Fall, den hätte ich mal gesagt. Wo wir die ersten gefallen haben. Das war relativ dicht. Vor alle Fälle. Relativ dicht von unserer Base. Sind wir da eigentlich in der Nähe jetzt gerade? Wir können hier zum nächsten gehen. Wo grün ist unser Lager oder was? Ne, ne, ne. Grün sind die Punkte, wo wir gerade sind. Ne. Wo war das denn hier schon wieder? Was sind denn das für Sträucher hier? Das blaue. Was sind denn da für Sträucher? Wo sehe ich denn auf dem GPS-Pi-Sender meine, äh, unser, unser Lager? Ach da, Calvin, da unten. Oder was? Ja, aber Calvin ist unser Lager. Jetzt, wenn wir jetzt hier oben weiter hochlaufen, dann kommen wir wieder zum Wasser. Ja, hier hinten ist noch eine Höhle. Oh, warte. Müssen wir mal gucken. Entweder gehen wir zur Höhle oder zu dem nächsten grünen Punkt. Lass uns mal zum grünen Punkt gehen, oder? Brombeeren habe ich gesammelt jetzt. Mhm. Äh, warte mal. Wo meinst du? Nächste grüne Höhle, grüner Punkt. Ah. Aber wir laufen doch weg. Wir laufen doch gerade weg. Hä, wir laufen komplett weg. Oh, ein schöner Hirsch links neben dir. Hinter dir. Alter. Ich habe ihm einen mit der Axt gegeben, haut er ab. Würde ich auch. Hä, wir laufen komplett weg jetzt. Was soll dat denn? Schrieks. Nee, wir laufen genau hin zum grünen Punkt. Hä? Guck doch mal bei mir in den Stream rein. Wir laufen komplett weg. Nee, den Stream habe ich nicht aufsins. Ach so. Um den Berg rum. Du musst müssen größer schalten dann wahrscheinlich. Den Zoom rausmachen, weißt du? Ja, da ganz hinten ist eine, ja. Aber da waren noch ganz dicht, gerade bei einem. Bei dem waren wir schon. Ach so. Ach so. Willst du? Habe ich dich verloren. Hä? Wo steckst du Schrieks? Ich glaube, ich habe dich verloren. Bist du runter gerade gegangen? Nee, hoch. Ach, da oben. Wie komme ich denn da hoch? Nee, geht nicht weiter hoch. Scheiße, ich wäre jetzt hier beinahe nämlich komplett runtergerasselt. Hallo, hier bin ich wieder. Ja, hallo. Ist einfach komplett um den Berg rum. Den müssen wir da runter jetzt, oder was? Hilft dir nichts. Ich komme links an der Höhle fast vorbei. Haben wir die schon gehabt? Was hat die Höhle? Ich habe die nicht gehabt. Okay. Da, den. Können wir den ein bisschen haben? Hirschi? Nein, nein? Nein. Wolle ich doch? Hier liegt noch ein Stück Fleisch. Ja, ich kann das nicht nehmen. Doch, jetzt. Jetzt habe ich es aufgenommen. Ja, oder wir gehen jetzt links zur Höhle, ne? Wie gesagt, weil da sind wir jetzt in der Nähe. Ich hätte jetzt uns vorgeschlagen bei den Punkten, weil in der Höhle kommen wir ja nicht mehr weit. Ach so. Wir brauchen dann wieder eine Schaufel oder wir brauchen immer... Ach so, ach so. Ja, okay, gut. Dann gehen wir zu dem Punkt. Alles klar. Nee, ist ein guter Tipp. Dann machen wir dort. Wir müssen irgendwie hier rechts hoch. Guck mal, hier ist noch ein Hirsch. Ja, aber Fleisch haben wir ja immer mehr Fleisch. Ja, nee, mehr kann ich ja gar nicht aufnehmen. Das wird uns ja nur wieder schlecht. Ja. Oh. Warte. Warte, warte, warte. Und wir sind hier eine ganze Menge, ne? Hört vielleicht ganz gut, ne? Und wieder eine geile Lichtung. Mann, die Lichtung ist aber auch geil. Schöne Gegenden hier. Muss ich ja mal sagen. Das gefällt mir. Da hinten hin. Halt, der Verwandte. Haben wir ja noch ein bisschen was vor uns hier. Ja, so lernen wir die Gegend mal kennen, ne? Mal gucken, was hier so alles ist. Ja, das schon, aber... Kostet ja enorm viel Energie und Zeit, ne? Das ist ja auch schon wieder irgendwo. Wir laufen erst mal weiter. Wir hatten eine geile View. Guck dir mal die View an da oben, ey. Haben wir. Geil, ne? Hast du ein Screen gemacht? Jetzt. So. Eigentlich müssen wir jetzt quasi genau hier rüber, ne? Ja. Ich sag das und er läuft einfach los. Ja, trau dich. Hm. Oder? Lieber rumlaufen? Lebst du noch? Ja. Okay. Kommentar. Jetzt laufen wir doch runter Richtung Wasser. Ja. Hier musst du, kannst du auch schon bauen, ne? Das sieht auch geil aus, ja. Holz hast du genug hier? Oh, hier ist schon wieder eine hinter mir. Pass auf, hinter mir kommt eine. Große. Hä? War nicht gerade noch da? Die Druckkopf. Nein, wir haben ein Foto machen. Aber ist wohl mehr Wasser. Salzwasser. Ja, aber wird trotzdem eine schöne... Hinter dir ist eine, also. Wo ist der denn? Eine schöne Gegend eigentlich sind Bauern. Boah. Der hat mich gekillt. Der Drecksack, der hat sich geschützt. Kannst du mich retten? Der ist nicht ganz dicht. Den musst du kennen. Der schützt, der ist stark. Er muss sich den ganzen Kilometer wieder zurücklaufen. Nun los, komm. Heul nicht. Heul leise, Chantal. Mann, 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 Mann. Was soll der Quatsch hier, Himmel? Bist du da? Wo ist denn der andere Drecksau? Danke dir. Oh, ist das ein Schwachkopf gewesen. Kann man auch irgendwie blocken beim Kämpfen? Rechte Maustaste gedrückt halten. Ach so. Ach so, okay. Nicht schlecht. Wollen wir alles wissen, ne? So. Wir laufen jetzt unten am Wasser lang. Aber noch weiter nach rechts, ne? Ist dir schon klar. Ja, dann kommen wir nachher gleich rum wieder, glaube ich. Ja, ordentlich. Wir müssen irgendwo hochkommen. Ja, ja. Wie ist das da? Na, no, verdammt. Hier, ja, das ist nicht genug. Ja, sehr gut, ja. So. Mann, doch. Kellerbrigade. Ich guck mal, was wir hier alles finden. Na ja, zwei grüne Punkte in der Richtung. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir hier alles machen. Das ist richtig. Ist durch die Frage müssen wir noch höher? Hä? Ist halt, ja... Der Punkt ist ja noch weiter, ne? Naja. Da haben wir so noch ein Stück. Mal gucken, wo es denn hier hoch geht. Ja. Einmal schön durch den Wald. Oh, alles hier. Ich muss ein bisschen auf meine Energie achten. Oh, hier ist ein kleines Lager. Hä? Wo bist du denn da? Oh, hier ist wieder ein Kleider. Bin ich an dir vorbeigelaufen? Ich hab hier gerade... Ich glaube, ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Eier. Geh mal aus dem Weg, Bengel. Tito. Nein. Schrotkugeln. Okay, hier können wir einmal speichern. Gut, gespeichert haben wir. Oh, dann muss ich mal wieder runter. Weiß ich nicht. Hast du den Gleiter mitgenommen? Nee. Wieso nicht? Wie funktioniert denn der? Dann können wir runterfliegen hier. Ich glaube mit... Warte mal, mit W und... Wo ist er denn nun schon wieder? Mit W und S oder so. Wo denn? Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir runter? Ja, ich glaube, wenn du abspringst, musst du S drücken. Ja, mach mal. Und? Oh! Oh nein, er fällt! Oh nein! Oh nein! Scheiße! Na, traust dich nicht, wa? Alter, die View ist aber auch geil, ne? Was geht mal zu sagen? Wo bist du denn? Bleib mal da stehen. Ja, genau. Hast du hin gekriegt, ne? Schicks? Ja. Ja, ja. Mit Essen, oder? Wie war das? Ja, mit Essen machst du hoch und runter irgendwie. Aber ich habe gleich nach unten gemacht, komplett. Okay. Jetzt warte ich auf dich hier unten. Ja, ich guck mal. Ja, ich guck mal. Ich guck mal, dass ich... Er muss weiter nach rechts gehen. Da hinten ist irgendwo eine Stelle zum runterkommen, glaube ich. Ah, ich bin tot. Ich bin runtergefallen. Ja, ich guck mal. Nee, ne? Ich habe meinen Gleiter. Willst du ihn jetzt mitnehmen, die ganze Zeit? Weiß noch nicht. Ich guck mal, ich guck mal. Es ist auch eine schöne Gegend zum runterkommen. Ich habe ihn da wieder hingelegt. die ist wirklich sehr schön hier die gegendio sehr geil bisschen wenig holz in der nähe da oben rechts am wald nur ja das ist das einzige was fehlt hier ja ansonsten gar nicht so verkehrt was da unten schon wieder ein kleines häuptlingslager oder was ist da irgendwas schon wieder nichts was soll denn das das ist ja doof wir brauchen auch hier wieder die schaufel das ist auch schon wieder hier da müssen wir jetzt erst mal gucken dass wir die schaufel irgendwo finden verdammt wo führen wir die schaufel na warte mal ich bin gleich wieder da kann sich ja ein bisschen umsehen ok da ist noch gut da ist noch gut schmeckt kraft naja gut kleingeld crunchy wodkaflasche aus den rahmen glückwaffe das ist das ist das ist das ist Shikure, Schafgabe, Heidelbeeren, Brombeeren. Hm, keine da, keine da, keine da. So, da hab ich wieder. Wenn du zu mir guckst, da hinten steht eine. Dummkopf. Dann würd ich sagen, lass uns mal wieder zum Lager gehen, wa? Ja, würd ich auch sagen. Das ist ein langer Fußmarsch. Genau, genau in die Richtung dahin ist eine, ne? Ja, da müssen wir aber hin. Ja, da hilft ja nichts. Los. Schreihälse. Außerdem wird das bald dunkel, ne? Irgendwie unten eine Flagge. Ja. Richtig. Hier ist Stoff. Geht nicht? Ja. So, dann lass uns mal zu Kälbe. Mal gucken, was die ganze Zeit ist. Mhm. Bedeutet, wir müssen irgendwie den Berg wieder hoch. Ja. Hoch oder rum, ne? Müssen wir? Naja, rum. Naja. Naja, da hinten hin. Wird schwierig, ne? Wir müssen irgendwie da hoch. Das stimmt. Geradeaus, wenn wir gerade laufen würden, würden wir noch zum Dings kommen. Zu der Höhle wieder. Machst du Feuer? Ja. 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 Lass mich dann essen. Ja. Gut. Schmeißt du zwei Rachen drauf, oder soll ich auch? Ne, ne? Warte, ich schmeiß drauf. Alles gut. Ah, sie ist 1601 ist schon wieder rottig geworden hier. Ja, ich hab das weggeschmissen und dann hab ich geguckt und dann war das wieder gut. Okay. So, hab zwei raufgeschmissen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es. Die letzten 16. Ja. Könnte man schon wieder fressen. Dann können wir noch ein Stück hoch kommen auf den Berg. Gut. So. Könnt ihr auch länger machen jetzt, ne? Ist ja die letzte bestimmt. Machen wir die Länge. Wir müssen zurück zu Calvin und gucken, was er gemacht hat die ganze Zeit. Und deswegen werden wir jetzt hier einen langen Fußmarsch vor uns haben. Ist schon. Ist soweit fertig? Ja. Okay. Sehr gut. Dann werde ich auch gleich einen Schluck trinken. Ich hab schon noch zwei Dosen denn. So. Du bist wo? Da hinten schon. Da ist frisches Wasser. Da ist frisches Wasser. Ja toll. Ich hab gerade mein Energy Drink getroffen. Wir haben leider noch keine Flasche genommen, um das Wasser zu sammeln. Ne. Ah, wir haben vieles noch nicht. Mhm. Wir müssen mal gucken. Wir müssen, wie gesagt, noch ein paar Sachen finden. Die Schaufel. Ja. Ich glaub, die Taucherrüstung brauchen wir auch. Ja. Ein Seilgewehr gibt es auch. Das brauchen wir, glaub ich, auch noch. Was? Ein Seil? Ja, ein Seilgewehr. Ach so. Okay. Bist soweit vorweg. Voraus. Ich komm nicht so schnell hinterher. Okay. Hier gibt's die nächsten Knackpunkte. Okay. Kommen wir hoch irgendwo. Da rechts drüge. Ah, das ist natürlich schwieriger. Ja. Ansonsten müssen wir so weiter nach rechts, ne? Wenn ich hier nicht durchkomme. Ja, es geht hier hoch. Okay. Ich muss langsam kommen. Wieder wieder ein Schneegebiet. Ja. Ich muss langsam. Mir fehlt Energie. Kraft. Ah ja. In the snow. Nach links. Oh, ist das eine geile View. Schon wieder. Und der. Oh. 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 Sturzeln wir die Gleiter wieder, die wir letztes Mal gesehen haben? Dann stürze ich nur wieder ab. Gucken wir mal, erstmal laufe ich dir jetzt ganz gepflegt hinterher, ich muss mal kurz ein bisschen langsamer machen. Du musst auch zwischendurch immer mal anhalten, ne? Ja. Jetzt ist mir auch noch kalt, verdammt. Was soll das denn? Wieso ist mir kalt, wo zeig der mir das an, verdammt. Schrägst du, zeig der nochmal an, wie einem kalt ist. Wie meinst du das? Er schreibt mir links, dir ist kalt. Ja, mir auch. Scheiße. Ah, die auch, weil wir hier ne Schneegrenze sind. Geil. Geile View ey. Hammer. Aber wie kommen wir jetzt hier rüber? Scheiße. Bist du dir sicher, dass wir hier hin müssen? Oh. 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 Uh. Oh. Ah, toll. Wo ist denn unser Kelvin-Freund, da oben ist er erst, oi oi oi, er ist ja weit weg. Na wir werden mal langsam, glaube ich. Wenn wir hier irgendwo ein Nachtlager finden, das ist doch auch ganz gut gerade. Oder was? Ja. Ich würde sogar hier machen, bevor wir in den Wald reingehen. Dann stellst du eins auf? Ich muss gucken, ob ich das noch kann. Was war das denn hier? Nachtlager? Nee, Unterkünfte da. Wir mussten in den Inventar gehen und oben rechts eine Folie nehmen, eine Plane. Ach so, das macht er alleine, oder? Okay. Ja. Wenn du die Silbe nennst, dann nimmst du eine und dann legst du es hin. Ja, und dann? In der Ecke gehst du irgendwo und dann müsste dein Pfeil nach oben sein und dann, ja genau. Alles klar. Alles klar. Okay. Er hat mal wieder so hingestellt. Krass, ne? Ja. So. So. Ich schlafe. Lass mich mir das gefallen. Okay. Gut. Schnell noch ein Kappen essen, oder wollen wir erst weiter? Lass uns mal weiter. So. Bist du denn? Bist du denn? Bist du denn? Bist du denn? Hiros? Tja. Bist du denn? Aber der ist noch nicht gefunden, ach doch da, und da sind auch die Höhlen, oh, was war hier, wir kommen ja direkt auf eine Höhle drauf zu, ne? Ja, das ist schade, dass man die nicht markieren kann, ne, wo man schon war, irgendwie. Ja, das stimmt, das wäre ja gar nicht verkehrt, ja. Ja, konnte die Brummen nicht stehen lassen, Entschuldigung, musst du zwischendurch schnell mal die Brummen nur aufessen hier. Wo bist du denn schon wieder, ich sehe dich schon wieder gar nicht, ich bin schon wieder hier im Schnee. Bist du auch im Schnee schon? Oh, oh! Es kann sein, dass du mich gleich wieder retten musst, ich bin hier oben. Ich weiß nicht, wie ich hier hochgekommen bin, und wie schlimmer ist, wie komme ich jetzt hier wieder runter, ohne dass ich sterbe. Ja, hier, ja, genau da, wohnt ihr, hier. Ja, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Wir können ja in die Höhle nochmal reinschauen, aber es kann sein, dass wir in der schon waren. Naja, das wird auch so gewesen sein bestimmt, weil die ja relativ dicht bei uns im Lager war, ne? Mhm. Das kann sein. Oh, wir haben Gesellschaft hier. Ach, ich sehe. Oh, wir haben Gesellschaft hier. Ah, ich sehe. Oh, wir haben Gesellschaft hier. Wollen wir die Hülle oder wollen wir die Hülle? Nö, weiter. Weiter zu Calvin. Wir wollen zu Calvin jetzt. Gucken, was der macht. Dann können wir immer noch hin, wenn wir wollen. Immer noch mal wieder. Oh, da hat er ein Reh. Oh, ein paar Stück hier. Läufst du um die Wette mit ihm? Rechts neben dir. Was nun? Du musst auf jeden Fall was essen. Was hier schon wieder? Rottes Fleisch oder was? La, la, la. La, la, la. Na, ein Eichhörchen lief dir immer zu nah, die ganze Zeit. Wie? Ha? Ganz Zeit nachgelaufen. Oh, da rechts im Wasser sind welche. Warte, die laufen einfach. Die ist eigentlich schon durch jetzt. Ich wollte gucken, dass er dir zum Calvin kommt. Ich muss sehen, dass wir oben ankommen. Ich muss nämlich vernünftig sehen. Hier war auch eine Höhle. Mann, sind wir weit weg gelaufen von Calvin. Richtig. Eine ganze Ecke. Ich bin gespannt, wie weit er gekommen ist. Was er schon alles organisiert hat. Falls du weißt, was ich meine. Weißt du mich überhaupt noch? Wie schön, ich höre dich. Ist das konzentriert oder was, ja? Naja. Vielleicht lebt Kevin noch nicht mehr. Das wäre nicht so schön. Das wäre gar nicht schön. Holz, 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 wir brauchen mal Holz. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Na komm. Auf zwei. Juhu. Ja, das können wir. Ja, siehst du, er hat schon gut gearbeitet. Hat er gut geschafft, ja? Ja, wo der war. So. Mal was trinken. Puh, dat war ein Ritt. Holst du ein paar Fische raus? Ja, hol mal die Fische raus. Konnte nicht mehr tragen. Also, waren so viele drin. Ich habe einen trockenen Essmann genommen. Ich glaube, wir haben hier noch, eigentlich haben wir noch eine Reuse. Wir haben noch zwei Reusen. Wo ist denn die zweite Reuse? Hast du beide geleert schon? Habt? Nee. Nein. Du kannst nicht mehr Fisch tragen. Okay, hier schwimmen noch welche oben. Hast du noch? Hast du leer? Fisch leer? Wie? Wie? Hier schwimmen welche, verdammt. Die guten Fische. Wie kann ich die denn jetzt wegschmeißen, verdammt? Das scheint so ein Back zu sein. Sofern sie die wegschmeißt, kannst du die wieder aufnehmen. Dann sind sie wieder frisch. Okay. Hast du noch ein Dings gemacht? Noch eine Aufhänglage? Eine Trockenlage? Sind aber bloß noch zwei Plätze frei. Ja, ist egal. Aber dann kannst du ja noch... Dann kannst du ja auch noch... Sonst aufheben. Im Wasser schwimmen noch welche. Kriegst du die noch? Holst du die noch? Oder soll ich die holen? Nee, da sind noch welche im Wasser. Kannst du die noch holen? Schrägst. Holen. Im Wasser hier. Mann. Oh, mir kann ich nicht sammeln. So, Leute. Das war die 13. Folge. Die war jetzt etwas länger. Wir haben eine ganze Menge erkundet und gelootet. Sind jetzt zurück am Lager an der BES angekommen. Calvin hat hier ordentlich geschafft. Wenn wir das mal uns angucken. Guckt euch mal den Haufen an Stämmen hier an. Der hat ordentlich was geschafft. Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie gehabt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare. Und guckt auch unsere anderen Videos. Und in diesem Sinne sage ich Tschüssi. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 So. Rottenfisch, Rottenfisch, Rottenfisch. Rottenfleisch? Was soll das denn? Die habe ich doch gerade rausgeholt. Ja, ich habe auch gerade. Verdammt. So, jetzt sind sie wieder frisch. Nee, bei mir nicht. Bei dir, ja? Ja, die scheint ein Bug zu sein. Ich weiß das nicht. Neh die auf und dann sind die wieder frisch. Okay. Komisch. So, jetzt habe ich aber... Bei dir nicht? Dann nehme ich das mal auf. Ich wollte auch aufnehmen gerade. Ist egal. Nee, Rotten, Rotten, Rotten. Eigentlich muss ich sie erst rausschmeißen. Stimmt. So, jetzt sind die hier. Wieder frisch. Okay. Okay. Aber vielleicht noch nicht das Gestell. Bauen wir noch ein Gestell. Ich kann nicht, ich habe nichts mehr. Keine Stöcke? Warte. Wo war denn das? Teil Lager, ne? So. Da haben wir drei Lager. Das ging ja vor. Ja, voll. Ah ja, okay. Hast du es gefunden? Ja, ich baue. Bauch schon? Ich baue schon, ja. Du bauch schon? Ja, dann mach hin. Fertig. Heu ja nicht. Oh nee, dann... Hast du schon aufgehängt oder was? Oder hast du nichts mehr? Ja, ja. Wo denn? Achso. Ja, ich denke, ich sollte noch extra eins bauen, Mann. So, ich habe gespeichert. Ich habe hier noch ein rottes Bein, was wir nehmen können. Ich bin raus. Ja, alles klar. Dann macht's gut. Beim nächsten Mal müssen wir zur Abstützstelle. Ja. Okay. In die Höhle rein, da kriegen wir das Seilgewehr. Okay. Weißt du denn, wo die ist? Ja, beim Hubschrauber. Ja, okay. Weißt du, wo der Hubschrauber ist? Das meine ich. Alles klar. Ja. Jo, alles klar. Schräg, es macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Achso, hast du gespeichert? Ich habe gespeichert, ja. Ich muss ja noch erst rein ins Bett. Verdammt. Ich muss ja auch erst speichern. Ne? Hast du den Stream noch auf, oder was? Ja. So, jetzt speichere ich. Und jetzt werde ich dann auch ausmachen. Du z seSLAM Nee, GET's auch oft. ав25. voz tapiменst. Sa box. Bundes諸vat toe. Aus25. Aus25.